Geh Grete, ich kann das gar nicht mehr anhören, diese schlechten Ausdrücke. Immer nimmst du so ordinäre Wörter in den Mund. Immer hört man bei dir nur Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Man kann ja auch Haufi sagen. Oder Stuhl. Nicht immer Scheißen, Scheißen, Scheißen. Was verstehst denn du von der Natur? Weil das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich hab da nämlich einen echten Frauenarzt gefragt. Nämlich meinen Frauenarzt. Aber dann ist das Leben ja nicht lebenswert. Wenn bei allen Sachen, die man anschaut, gleich ein stinkender Stuhl daneben liegt. Jeden Tag kann der Mensch einen inwendigen Stoß bekommen. Und auf einmal geht ihm der Knopf auf. Der Herrgott ist eine Waschmaschine. Ganz automatisch wascht er dich. Hast vier Reflecken in der Seele drin. Dann geht's dir fürchterlich. Der Herrgott ist ein Schnellkopf-Kopf. Da wirst du ganz schnell weit. Er kocht dir deinen schweren Kopf. Und tröstet deine Leich.